Hallo und herzlich willkommen hier im Ratgeberstudio. Heute geht es um das Thema Verkehrswert ermitteln, Immobilien bewerten in Augsburg und Umgebung. Dazu habe ich mir einen echten Experten als Gast ins Studio geholt, Peter Wolkersdorfer von Remax Immobilien Augsburg. Hallo Herr Wolkersdorfer, schön, dass Sie mein Gast sind. Hallo Frau Schneider, danke wieder für die Einladung. Lassen Sie uns doch gleich mit der ersten Frage einsteigen. Was ist denn der Verkehrswert einer Immobilie? Was können wir uns genau darunter vorstellen? Nun ja, der Verkehrswert ist sozusagen der Marktwert Ihrer Immobilie. Dieser Marktpreis wird einfach gesagt durch den Preis bestimmt, der zu dem Zeitpunkt, auf den sich die Ermittlung bezieht, am Markt zu erzielen wäre. Folgendes ist noch zu beachten, dass der Wert unter folgenden Umständen gilt. Das wäre zum Beispiel im gewöhnlichen Geschäftsverkehr oder nach den rechtlichen Gegebenheiten und tatsächlichen Eigenschaften der sonstigen Beschaffenheit und der Lage des Grundstücks selbstverständlich und natürlich auch ohne Rücksicht auf persönliche Umstände. Das hört sich irgendwie sehr kompliziert an. Ich nehme an, als Kunde muss ich das nicht alles wissen. Es reicht, wenn das der Makler tut. Ja, auf jeden Fall. Das stimmt. Der Makler muss diese Dinge beachten. Voraussetzung für eine ordentliche Bewertung ist mitunter, dass der Makler ehrliche und genaue Angaben von den Eigentümern bekommt. Gut, verstehe. Aber was gibt es denn weiteres grundsätzlich zum Thema Immobilienbewertung zu beachten? Also grundsätzlich für die Berechnung des Verkehrswerts einer Immobilie gibt es unterschiedliche Wertermittlungsverfahren. Das wäre zum ersten das Sachwertverfahren, zweitens das Ertragswertverfahren, drittens das Vergleichswertverfahren. Wobei man nicht jedes Verfahren für jede Immobilie gleichermaßen anwendet. Können Sie uns da ein konkretes Beispiel nennen? Angenommen, ich möchte mein Haus verkaufen. Wie ermitteln Sie dann den Verkehrswert meiner Immobilie? Ja, gerne. Also ich denke, am besten werde ich in diesem Video vereinfacht auf das Sachwertverfahren eingehen. Der Verkehrswert Ihres Hauses setzt sich aus unterschiedlichen vielen Faktoren zusammen. Das wäre zum ersten der Bodenwert. Der Bodenwert bestimmt sich aus einem Bodenrichtwert, welcher von den Gutachterausschüssen zur Verfügung gestellt werden. Diesen können Sie zum Beispiel auch bei den lokalen Gutachterausschüssen der Stadt oder auch beim Landkreis anfordern. Dann zweitens der Gebäudewert. Der richtet sich maßgeblich nach zum Beispiel Baujahr, Wohnfläche, Ausstattungsgrad und Zustand des Gebäudes. Weiter wird zu nennen dann sonstige Gebäude wie zum Beispiel Garage oder Nebengebäude. Als vierten Punkt kann man nennen, zeitliche wertminderte Faktoren müssen berücksichtigt werden, wie zum Beispiel, dass ohne das Zutun das Gebäude über die Jahrzehnte verfallen würde. Deshalb gilt dies quasi als wertmindernd. Fünftens kann man nennen Modernisierungen. Diese sind dann wiederum wertsteigernd über die Jahre hin, wo hinzugerechnet werden. Und sechstens kommt dazu zum Beispiel wertsteigernde Faktoren oder wertminderte Faktoren, wie zum Beispiel, wenn Sie eine Saunaanlage in Ihrem Haus haben oder eine hochwertige Einbauküche oder aber ein kaputtes Dach. Und als weiteren Punkt möchte ich die Außenanlagen nennen. Dies wird dann meist pauschal mit drei Prozent angesetzt von den damaligen Baukosten quasi. Und als letzten Punkt gibt es dann noch einen Lagewertfaktor. Dies ist nochmals ein spezieller Faktor, welcher maßgeblichen Einfluss hat. Das kann sowohl wertsteigernd als auch wertmindernd sein. Das kann zum Beispiel das Grundstück in der Innenstadt liegen oder das Gebäude befindet sich in der Nähe eines Sees oder Holungsgebietes. Dann wirkt das natürlich wertsteigernd. Wertmindernd wert zum Beispiel zu nennen, wenn das Grundstück oder Ihre Immobilie neben einer viel befahrenen Bahnlinie liegt oder neben einer Autobahn. Dann wird das natürlich weniger wert. Alle Faktoren werden quasi am Ende, müssen Sie sich vorstellen, alles zusammen in einen Topf geschmissen und geworfen. Und das gibt dann den sogenannten Verkehrswert Ihrer Immobilie. Also das ist schon eine ganze Menge Faktoren, die da zusammenkommen. Gibt es da nicht eventuell eine ganz einfache Berechnungsmethode oder Berechnungsformel oder irgendwas ähnliches, wo das einfacher ginge? Also gleich vorweg, solch ein Bewertungsverfahren ist tatsächlich sehr kompliziert. Ich empfehle Ihnen, ziehen Sie einen Experten zurate, falls Sie in einen Verkauf gehen oder eine Verkehrswertermittlung benötigen. Dies kann der Fall sein, zum Beispiel bei Gerichtsauseinandersetzungen oder bei einer Scheidung oder bei Erbauseinandersetzungen. Am Ende dieses Videos finden Sie hierzu auch eine Adresse in der Infobox. Leider gibt es keine einfachere Berechnungsformel. Wie Sie sehen, dadurch, dass der Verkehrswert von so vielen Faktoren abhängt, werden solche Verkehrswertgutachten in der Regel von Sachverständigen oder auch Gutachtern angefertigt. Also gibt es da gar keine einfachere Berechnungsformel? Ja, also diese Gutachter, die haben jetzt eine geeignete Ausbildung und eine Spezialsoftware hierfür, um sämtliche Aspekte eben dieser sauberen und fundierten Verkehrswertermittlung dokumentieren zu können, weil die muss ja im Zweifel auch mal zum Beispiel vor Gericht standhalten. Also ich sehe schon, es gibt keine einfache Berechnungsformel, um meine Immobilie so auf die Schnelle zu bewerten. Man könnte hier nach einem Vergleichswertverfahren zum Beispiel eine Marktanalyse anstellen. Wie der Name schon besagt, werden über den Vergleich mehrere Objekte Vergleichszahlen angestellt. Dies ist jedoch nicht immer empfehlenswert. Also für eine Schätzung des Immobilienwertes kann man mehrere Immobilienobjekte im Internet zum Beispiel auf den gängigen Immobilienportalen miteinander vergleichen. Dies sind jedoch nur Angebotspreise, das darf man nicht vergessen. Also Preise, die vermutlich dann später gar nicht unbedingt beim Notariat oder beim Notar realisiert werden bzw. notariell beglaubigt wurden. Logischerweise muss man auch hier und dürfen nur Äpfel mit Äpfeln und Birnen mit Birnen verglichen werden. Das heißt, vergleichen Sie Häuser oder Wohnungen gleicher Baujahresklasse, ähnlichem Ausstattungsgrad, ähnlicher Wohnfläche, Grundstücksgröße oder ähnlicher Lage. Also das klingt für mich schon ein bisschen nachvollziehbarer und auch interessant. Können Sie uns irgendeinen einfachen Tipp geben für diese Vergleichsweise? Ja, natürlich. Wenn die Bewertung nur für Sie selbst gedacht ist, weil Sie einfach mal wissen wollen, wo Ihre Immobilie preistechnisch in etwa liegt, können Sie, wenn Sie die Zeit haben, zum Beispiel über einen längeren Zeitraum von sechs bis zwölf Monaten, die einschlägigen Immobilienportale nach Ihrer Baujahresklasse vergleichen. Falls die Verkehrswertermittlung bzw. Immobilienbewertung für Verkauf, Scheidung, Erbauseinandersetzung oder Fälle, wo Sie sich später eventuell rechtfertigen müssen, nötig ist, empfehle ich Ihnen, zu einem Immobilienexperten zu gehen, der sich mit sowas auch auskennt. Weil wir sprechen hier oft über sechsstellige Summen. Da ist der Rat eines Experten im Gegensatz hierzu meist günstig. Das darf man auch nicht vergessen. Herr Wolkersdorfer, wo können sich denn unsere Zuschauer zu diesem Thema noch weitergehend informieren? Ja, für alle, die Hilfe benötigen oder Fragen haben rund um das Thema Verkehrswert ermitteln bzw. Immobilienbewertung, können Sie sich gerne vertrauensvoll und diskret online an unser Experten-Team von Remax Immobilien Augsburg wenden. Dann bedanke ich mich vielmals für die guten Tipps, Herr Wolkersdorfer. Und bei Ihnen, liebe Zuschauer, bedanke ich mich fürs Einschalten und verabschiede mich bis zum nächsten Mal hier im Ratgeberstudio.